Hallo, mein Name ist Mohamed Eid und ich bin 18 Jahre alt und ich wohne in Dänemark. Ich bin bei Counter-Strike seit ich 13 Jahre alt bin und jetzt bin ich für MTW. MTW ist eine sehr gute Organisation. Sie haben alles unter Kontrollen in Hamburg, die wir in Hamburg spielen. Und dann haben sie all die Red Bull, die ihr könnt. Und dann sind wir in der ersten Paar mit Counter-Strike. First of all, I play Counter-Strike, because it's very fun, and at the same time I can earn money from it and I play with my friends, my very good friends, who doesn't want to live off his hobby. Besides that it's very competitive-minded, and I myself is a very competitive-minded human, so therefore I would like to be the best no matter what it is, football or video games, I always want to be the best. Besides that you get to travel a lot, I've been to many different countries around the world, it has been very cool, that's why I play Counter-Strike, you get to experience a lot. First of all, I'll see you in the next video.